Ich wünsche euch Gesundheit, liebe Ukrainer. Heute wurden einige wichtige Entscheidungen getroffen, vor allem im Bereich der Verteidigung. Unsere europäischen Partner haben sich auf einen gemeinsamen Plan geeinigt, der die Lieferungen von Granaten für unsere Artillerie vorantreiben soll. Es handelt sich dabei um eine 2 Milliarden Euro schwere Entscheidung, die sowohl Notversorgung als auch die Produktion von Munition vorsieht. Dies ist ein strategischer Schritt. Das, was uns mehr Vertrauen in unsere Einheit, in die Unveränderlichkeit unseres Kurses zum Sieg über den terroristischen Staat gibt. Vielen Dank an alle unsere Partner in Europa. Jeden und jeder, die wirklich daran interessiert sind, dass Europa stark und frei bleibt. Auch die Vereinigten Staaten haben heute ein neues Verteidigungspaket angekündigt. In Höhe von 350 Millionen Dollar. Es umfasst Raketen für Hümas-Systeme, Geschütz und andere Munition. Alles, was wir zur Unterstützung unserer Kämpfer wirklich benötigen. Ich danke Präsident Biden, dem Kongress und allen Amerikanern. Heute hatte ich drei internationale Gespräche. Mit dem österreichischen Bundeskanzler Negama haben wir humanitäre und politische Fragen im Rahmen unserer bilateralen Zusammenarbeit erratet. Ebenso wie unsere gemeinsamen Möglichkeiten, das durch die russische Aggression verletzte Recht wiederherzustellen. Ich dankte Österreich für die Entscheidung, sich der Gruppe anzuschließen, die die Einrichtung eines Sondergerichtshofes für die russische Aggression gegen unser Land vorbereitet. Ich dankte auch Irland, Herrn Premierminister, für den Beitritt zu dieser Gruppe. Der Kreis unserer Partner, die bereit sind, zusammenzuarbeiten, um Russland für seine Aggression zu bestrafen, wird unweigerlich größer. Dadurch wird die Aussicht auf eine Bestrafung immer realistischer. Es reicht nicht aus, die Verantwortlichen für die durch die Aggression verursachten Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Es muss auch die Bestrafung erfolgen, eine absolut gerechte und legitime Bestrafung für das allererste, ursprüngliche Verbrechen, das alle anderen Verbrechen dieses Krieges nach sich gezogen hat. Genau das soll der Sondergerichtshof gewährleisten. Jeden Tag kommen wir seiner Errichtung immer näher. Dieses Thema sowie unsere gemeinsame Arbeit mit dem internationalen Strafgerichtshof wurde übrigens heute in London auf der Konferenz der europäischen Justizminister erratet. Ich habe mich an die Teilnehmer der Konferenz gewandt und sie aufgefordert, alle Elemente der internationalen Bemühungen zur Sicherstellung, dass der Aggressor richtig bestraft wird, zu unterstützen. Es ist sehr wichtig, dass wir sowohl mit dem österreichischen Bundeskanzler als auch mit dem irischen Premierminister über die Möglichkeiten der Behandlung und Rehabilitation unserer durch russische Waffen verbundeten Menschen gesprochen haben. Bei unserem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rotter haben wir uns vor allem auf Verteidigungsfragen, auf ganz praktische Schritte konzentriert, die zur Umsetzung unserer Friedensformel beitragen werden. Ich habe ihn über die Lage an der Front, über unsere wichtigsten Bedürfnisse und Möglichkeiten informiert. Ich danke Herrn Premierminister für das vollständige Verständnis der Situation und für seine unerschütterliche Überzeugung, dass die Kraft der europäischen Werte stärker als Russlands Hass auf die europäische Freiheit ist. Heute möchte ich, wie gewöhnlich, unseren Soldaten meine Anerkennung aussprechen. All jenen, die für unser Land kämpfen. Die 56. und 57. separate motorisierte Infanteriebrigade. Vielen Dank, Jungs. Ich danke euch für eure Stärke und euren tapferen Widerstand bei der Verteidigung von Bachmut. Die Kämpfer der 72. separaten mechanisierten Brigade, benannt nach den schwarzen Saporoger-Kosaken. Die Fallschirmjäger der 79. Brigade. Die Marineinfanteristen der 35. und 36. separaten Brigaden. Das 74. separate Aufklärungsbataillon. Unsere Artilleristen der 55. Ich bin froh, dass ich euch ununterbrochen für die Resultate, für die Stärke, für die Zähigkeit und Unbesiegbarkeit, die ihr in der Region Donetsk demonstriert, danken kann. Kehr so eine Richtung. Die 406. separate Artilleriebrigade und das 131. separate Aufklärungsbataillon. Bravo, Jungs. Unverändert treffsicher, gleichbleibend stark seid ihr. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der sich heute im Kampf engagiert. Ehre für alle, die die Unabhängigkeit unseres Landes verteidigen. Vielen Dank an alle, die helfen. Ruhm für die Ukraine.